Und ich freue mich, dass ihr bei mir seid und möchte euch folgenden Gedanken mit auf den Weg in den Tag geben. Folgt eurem inneren Pinguin und watschelt vergnügt durch das Leben. Und wisst ihr was? Genau das möchte ich heute tun. Ich möchte mich nicht mit einem Löwen vergleichen, der immer laut brüllt. Nicht mit einem Bären, der immer stark sein muss. Nicht mit einem Leoparden, der immer schnell sein muss. Nicht mit einer Giraffe, die immer höher sein muss als alle anderen, um alles zu erreichen. Nein, ich möchte heute einfach mal meinem inneren Pinguin folgen und vergnügt durch das Leben watscheln. Ich glaube, das gehört zum Leben dazu, dass wir nicht immer rennen und uns nicht immer abmühen müssen, sondern dass wir es auch mal mit der Leichtigkeit zu tun haben, mit der Gelassenheit, ja auch mit der Langsamkeit. Einfach mal einen Gang zurückschalten. Und dazu kann mir mein innerer Pinguin helfen. Ich hoffe, ihr liebt auch Pinguine so wie ich. Und ich hoffe, ihr macht es heute auch so wie euer innerer Pinguin. In diesem Sinne, einen tierischen Tag. Ich hoffe, ihr macht es heute auch schöner, ein Teil der Arme. Und ich hoffe, ihr tue es heute auch so wie ich nicht. Dieses Mal, wenn ich meine innerer Pinguin,